Oh, ich hab Tommy. Ja, call ihn. Oh, my baby, walk one time. Oh, baby, baby. Your dick is so big. Das reicht jetzt nicht. Ich habe jetzt das Gas. Warum wurdest du beschnitten, oder was? Hm, musst du dir machen. Weil sonst zu viel Blut hineingepompt wird und ich dann immer ohnmächtig werde. Das ist sehr gefährlich. 5 cm gekürzt. Was soll man da denn noch kürzen? Könnte jetzt auch sein, dass es einfach ein recht breiter ist. Nicht lang, sondern breit. Und dann auch mal 5 cm weg. Und das so ein 10 cm Ding ist, was aber 10 cm breit ist. Das ist ein bisschen ekelhaft, aber naja, muss keiner. Da ist Gas zum Auto. Aber vielleicht ist hier vorne ja die BATTERY. Äh, im gelben Vierer-Auto ist jetzt Gas dran. Ja, der wird genau wie Rüdi sein. Welches ist denn der Vierer? Der Link bei der Rechte. Achso, da ist der Kinner. Hupala. Oh, ich hab'n Map. Map, die Karte. Ähm, das linke ist das Führer. Äh, er geht wieder zum Auto zurück, er verfolgt mich nicht. Ich glaube, er vermint gerade das Zweier-Auto. Was macht er denn? Er vermint das Zweier-Auto. Hast du eine Leuchtpistole-Wrapper? Nein, ich habe eine Waffe. Hier, hier beim Fenster hab' ich eine fallen lassen wegen der Batterie. Achso. Äh, ich... Ja, ich hol' ihm. Aber er hat das Auto vermint. Hast du Taschenmesser? Eins, ja. Okay, dann kannst du dir die Falle entschärfen. So, kurz die Fläger. Mhm. Schön, nur schnell die Fläger. Hier liegt ein Toter in der Wanne. Ja. Ja, der wollte halt gepflegt sterben gehen. Oh, wow, ne. Du warst in der Sinne gepflegt. So, ich mach mir jetzt auf den Weg zurück. Hast du mich? Ja. Das find' ich gut. Toll. Hey! Wo ist denn? Wrapper! Was? Hello! Ja, ich glaube, das ist ein Zweier-Auto hin. Ja, ich bin nur auf dem Weg, warte. Okay. Warte auf mich. Ja, sie ist doch auch da vorne. Du meinst, am Bootshaus? Ja, hier lang. Da ist keine Falle vor der Batterie. Wir sind ja nochmal zurückgegangen. Wird so eiskalt so die Batterie von dem Tank gemacht. Ah! Nein! Nein! Ich bin zu jung dafür. Du darfst dich! Nimm die anderen! Ich stell mich vor die anderen, dann kannst du die umbringen. Du hast meine Leuchtpistole. Du darfst sie nicht auf mich abwälzen. Wrapper, komm mal hier. Ich steh hinter den anderen. Du musst sie die auch töten. Wenn das Zweier-Fahrzeug-Dafür geht. Ein Vierer. Oh, ja. Ah, okay. Geht alle vor mich. Dann ist die Entscheidung leichter. Ah, ne. Es ist doch ein Zweier. Ich überlasse meinen Platz. Bye, bye. Grüß dich auch. Ich muss mich neben dich stellen. Überhaupt nicht. Ein Schlüssel? Döver. Du musst hinter mir bleiben. Nein, 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 nein. Ui, Niko, mehr. Du warst gerade so böse zu mir. Oh ja, töte ihn. Töte ihn. Sind nur tausend Schüttel. Als würde ich jemanden töten, Digga. Bei Forever würde ich mir nochmal überlegen, ja. Stell mich aber vor anderen. Ich benutze sie als menschliche Schutzschild. Das finde ich nett. Ich schenke dir keine Pflege an mehr. Warte. Wie liegt hier? Der Halt. Nö, ich gehe jetzt in den Schrank, weil ich Angst habe. Äh, Chasen. Ich sehe ihn auf der Minimap. Da ist Richtung Auto unterwegs. Jetzt könnt ihr mich nicht mehr töten. Weil ihn jemanden hier führt. Mir wird es raus. Kannst du mal wetten? Du kannst doch krank schießen. Ja, mach doch. Keiner hat den Schlüssel, ne? Negativ. Roger, roger. Siehst doch. Nein, er ist hier. Ich bin jetzt hier vorne. Hier. Kann man jetzt eigentlich mit der Fläger Leute töten? Nein. Jungen Schutzgang. Den dreh ich nicht um. Den dreh ich nicht um. Ich hab sie. Ich hab sie. Was? Ein Schlüssel? Ja. Ich will aber noch eine Waffe. Hat sie noch eine? Ja, komm her. Ich hab eine. Oh, ich hab Firecracker. Crack. Firecracker, ich hab Dings. Ich hab alles. Did you get some Crack, baby? Er ist ein Killer. Ducky. Haha, er ist da. Oh, er hat der Schottsgang. Nein. Who is this man? Hat willst du die Schlüssel? Gerne. Oh, er ist da. Ja, ich hab sie. Come on. Come on, Crisley Bay. Das kann auch gerne wer anderes mit, ne? Ja, da wartet schon jemand. Das bin ich nicht. Ich glaube, ich muss da jemand erschießen, bevor du einstecken kannst. Ach, die hat auf Ben. Ich hab einen Knüppel. Na gut, eigentlich ist das nur ein Stock, aber... Er hat Nico. Oh mein Gott. Der hat blanke Horror. Oh wow, es ist so gruselig. Nico hat sich aufgeopfert. Ich glaube, die ist ein bisschen sauer. Äh, einfach den Weg folgen. Nicht umbiegen, einfach jetzt gerade. Also. Ah, dann geht er vorbei und jetzt noch. Nein, ich bin jetzt wütend. Das ist ein Traum. Einfach geradeaus. Und dann. Warte mal, wie rumfahren wir jetzt? Äh, wir sind da. Rechts. Rechts. Ja, das wenigstens. Oder halt mal vom Ausgang an und leg deine Schrotflinte auf den Boden. Ja, genau, wenn ein Killer da ist. Ja. Oh, überfahren. Oh, das ist gemein. Habt ihr ihn überfahren? Inna überfahren. Kommt noch. War das jetzt Absicht? Das ist doch schwarz, ey. Es muss doch ein Quote drin gehen. Oh, das war so bitter. Und ich bin auch so angelaufen. Help me. Help me. Help me. Help me. Help me. Ja, ich trau mich, dich auszusteigen. Äh, lieber sitzen. Hä, wieso kann ich die Schrotkarn halt ablegen? Äh, Z gedrückt halten. Hab ich. Oh, wir gehen mal lieber raus. Ja. 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 Wir sind doch ein gutes Team. Come on, let's go to the police. Du wirst immer einen wie ich langsam zu. Du verfährst auf den Leute. Das ist doch toll. Das ist ein Charakter, das hat er an sich. Das war aber so bitter. Somebody just run me over. Help me, help me, help me, help me, help me. Was heißt auf Englisch? Das war keine Absicht. I'm sorry. Das mehr ich. On the road again. Ach, was, bist du jetzt eigentlich scharf? So, die sieht beide genau gleich aus, wenn jede von der drin ist. Okay, you go first, because I have much more stamina than you, for me. Because Travis is max. Travis is max. Okay, okay. Das ist ein Screenshot, fair. I'm sorry. Was? Ja, die ist in-game. Die ist Tommy geworden. Achso. Ja, ja, deswegen frage ich ja, was heißt, es war keine Absicht auf Englisch. Es war Absicht, weil er, genau bevor es er hat, gelaufen ist. Das war so extrem bitter, wenn du einfach nur sagst, hilf mir, helfe. Ja, und warum läuft ihr dann zu mir? Ich habe Minus-Punkte, Dinger, ich habe richtig fett Minus-Punkte, Dinger. Ich habe richtig fett Minus-Punkte, Dinger. Ich habe richtig fett Minus-Punkte, Dinger. Ich habe einfach Eiskalt überfahren, Dinger. Ich habe einfach Eiskalt überfahren, Dinger. Das war so geil. Das war so geil. Jesus, Negos. Ja, da hat sich Trevor einen frippen können, ey. Ach, mein Schüler wird endlich erwachsen. Den auf Radar, Alter! Wir werden wahren. Achts und klar, ist Dinger tot. Und die Grizzly, ey? Also, so vorm Ausgang am besten noch wie ich. Wie ich es mit, äh, Dookie... ...und nach Restoran gemacht hab. Aber es hat eigentlich auch die Milgel kaputt gemacht, der Blöde. Far away, in front of us. Wie alt ist er? Sehr jung klingt er. Ja, man hat's gesehen, dass er jung gestorben ist. Aber sag mir mal, wie kann man denn die Hautfarbe so schnell ändern? Von schwarz auf weiß? Hast du auch auf seinem Gesicht gesehen? Michael Jackson oder was? Von Jahr zu Jahr etwas heller. Musst du aufpassen, dass die Nase nicht hinterher fliegt. Wie sollte jetzt er ab sein im Sarg? Aber ich hab jetzt, es wäre eine Frau gesehen, es wäre ein Kind. Hallo? Jetzt fällt es aber nicht mehr so schlimm, dass sie ihn umgefahren hat. Warum? Ja, das ist ein Kind. Das ist doch wirklich so. Sollen wir doch überfahren? Aber, für das, dass er so jung ist, ist er ziemlich cool drauf. Nein, da ist ein Kind mit zwischen der Bühne und der Bühne. Was hat er dafür? Der Bühne ist weg? Nein! Der Bühne ist weg! Die Bühne ist weg! Go first, go first, I will protect He is coming, he is coming He is coming Ok, he is teleporting He is teleporting He is what? He is teleporting Er hat es einfach wie so ein Inter Fast fast Go in, go in, fast fast With the police My friend, he is teleporting Hallo, mein Spiel hat sich aufgehangen Ich denke, immer Mapfest Ja, Spiel hat sich gerade neu gestartet Ey, Ripper Das ist nicht, Alter Total schaden, würde ich sagen Alter, dieses fucking laute Intro Der Essen so bescheuert macht das so laut Die Intro, mein Sieg noch, Alter Ja Ich kann es nicht mal abbrechen Hallo, ich möchte es gerne abbrechen Negativ